24. Die Buße Christlicher Leser, höre und glaube mir, Großes und Eigentümliches habe ich dir zu berichten, Dinge, die zu erzählen Mut erfordert. Wenn ich aber den Mut finde, sie auszusagen, so solltest du dich schämen, nicht so viel Mut aufzubringen, sie zu glauben. Nicht voreilig will ich dich einen Zweifler schelten, vielmehr baue ich auf deinen Glauben, genau so weit, wie ich auf meine Fähigkeit baue, das mir überlieferte Glaubwürdig mitzuteilen. Auf diese Fähigkeit aber baue ich sehr fest und also auch auf deinen Glauben. Meine wahrhaftige Mitteilung ist, auf dem engen Gefährt der Kegelplatte dieses wilden Steines im See verbrachte Gregorius, des Williges und der Sibylla Sohn und Gatte der Letzteren, Mutterseelen allein und bar aller Gnade, so viele Jahre, wie er gezählt hatte, als er tadelnswerterweise sein Eiland, fern im Meere und das Klosternot Gottes verlassen hatte. Volle 17 Jahre verbrachte er dort, ohne eine andere Bequemlichkeit, als das Himmelsdach über sich, ohne Schutz, weder vor Reif noch vor Schnee, weder vor Regen noch Wind noch vor Sonnenbrand bekleidet nur, aber wie lange hielt denn das vor, mit seinem hehrenen Hemd bei nackten Armen und Beinen. Ihr glaubt es nicht? Ich werde euch dessen versichern, und zwar nicht, indem ich einfach zu dem Trumpf meine Zuflucht nehme, dass vor Gott kein Ding unmöglich und ihm kein Wunder zu viel ist. Das wäre zwar durchschlagend, aber zu wohlfeil. Äußerlich müsste euer Zweifel davor verstummen, aber heimlich könnte er fortnagen. Das darf nicht sein, und darum will ich mich nicht auf Gottes Allmacht berufen. Ohne Predigt, vernunftgemäß und geruhig, wenn auch selbst tief ergriffen von meiner Kunde, will ich den Fragenrede stehen, die ihr mit gerungenen Händen unter vielen, ja, sag und zum Gottes Willen und Mönch, erwäge doch, wie denn aber, stellen mögt, und deren erste natürlich dahin geht, wie sich der Büße auf dem nackten Felsen denn auch nur kurze Zeit, geschweige denn 17 Jahre lang, ernährt habe, kamen Raben geflogen, ihn zu speisen, viel Manner vom Himmel, nur um seinet Willen. Nein, es war ganz anders. Den ersten Tag, nachdem der Fischer ihn höhnisch verlassen hatte und Gregor in vollkommener Einsamkeit zurückgeblieben war, verharrte er am Flecke, saß, die Knie mit den Armen umschlungen, oder kniete auch mit gefalteten Händen vor Gott und betete für seine armen, reizenden Eltern, für den entschwundenen Williges, für Sibylla, sein Weib, die nun wahrscheinlich schon Gichtbrüche gebadete oder doch Anstalten dazu traf, und auch für sich selbst, indem er sich ganz und unbedingt der Verfügung Gottes und seinem Willen anheimgab, wie er ihm ja auch tatsächlich anheimgegeben war. Der zweite Tag aber war erst einige Stunden alt, als Hunger und Durst ihn nicht länger ruhen ließen und er, fast ohne Wissen und Wollen, auf allen Vieren, da er mit seinen Füßen im Eisenhalter nicht einen Schritt tun konnte, auf der Plattform suchend, umherzukriechen, begann. In der Mitte, ziemlich genau, war im Gestein eine kleine Mulde, darin stand weißlich, trübes Nass bis zum Rande, vom gestrigen Regen wohl, wie er dachte, nur eben auffallend trüb und milchig. Willkommen ihm jedenfalls zum Trunke, wie unsauber und woher so unsauber es sein mochte. Er war der Letzte, der Ansprüche zu stellen hatte. Darum beugte er sich über das kleine Becken und schlürfte mit Lippen und Zunge, was darin war, schlappte es aus, so wenig es war, nur ein paar Löffel voll und leckte wahrlich den Grund des Grübchens noch ab, als es leer war. Der Trank schmeckte zuckerig-leimig, nach Stärke etwas würzig, nach Fenchel, dazu metallisch, nach Eisen. Gregorius hatte gleich das Gefühl, dass durch ihn dem Durste nicht nur, sondern auch dem Hungergenüge geschah, und zwar überraschend gründlich. Er war satt. Leicht stieß es ihm auf und etwas von dem Getrunkenen floss ihm aus dem Munde wieder hervor, als sei das Wenige schon zu viel gewesen. Er fühlte sein Gesicht ein wenig gedunsen, eine rötende Wärme stieg in seine Wangen und als er zu seinem ersten Platz am Rande des Steines kriechend zurückgekehrt war, fiel er, den Kopf auf eine niedrige Stufe des Felsens gelegt, wie ein Kind in Schlaf. Nach einigen Stunden erwachte er von leichtem Bauchgrimmen, das ihn verdrießlich die gefesselten Beine regen ließ und über das er wohl hätte greinen mögen. Es verging jedoch bald und Hunger spürte er nicht. Nur aus Neugier begab er sich gegen Abend noch einmal zu der Höhlung inmitten der Platte. Auf ihrem Grunde hatte sich wieder etwas von der Flüssigkeit angesammelt, nicht mehr, als dass sie nur dünn den Boden bedeckte. Doch ließ sich wohl ausfigurieren, dass, wenn es mit der sickernden Erneuerung im selben Maßstabe weiterging, über Nacht die Mulde sich wieder gefüllt haben würde. So geschah es auch, und am neuen Tage stärkte Gregor sich neu mit dem Sud, schlägte alles aus bis zu wärmlicher Schläfrigkeit, denn hatte er während der Nacht sehr bitter unter der Kälte gelitten und nicht gewusst, wohin er sein armes Bettelheim ziehen und wie darin Zuflucht finden sollte, so half dem der Steinsaft für mehrere Stunden ab, rein durch die Sättigung, weshalb der Einsame auch am Abend, wenn wieder etwas davon hervorgetreten war, sich damit atzte, um weniger zu frieren. Ich vermag euch zu sagen, welche Bewandtnis es damit hatte, denn ich habe die Alten gelesen, bei welchen mit vielem Recht die Erde sich den Namen der großen Mutter und Magna Parenz erwarb, aus der Jedwedes Lebendige sprießend heraufgeschickt und gleichsam Gott emporgereicht, kurz, aus Mutterleib geboren worden sei. So auch der Mensch, der nicht zufällig Homo und Humanus heißt, zum Zeichen nämlich, dass er aus dem Muttergrunde des Humus ans Licht trat. Alles aber, was gebiert, hat auch die notwendige Nahrung für seine Kinder und gerade daran erkennt man ja, ob eine Frau wirklich gebar und nicht etwa ein fremdes Kind als eigenes vorweist, dass sie nämlich über die Quelle der Nahrung für das Geborene verfügt oder nicht verfügt. Darum wollen jene Autoren, die ich verehre, wissen, dass anfangs die Erde ihre Kinder mit eigener Milch ernährte, nach der Geburt. Denn ihre Uteri hätten als Schläuche tief hinabgereicht mit ihren Wurzeln und dahin habe von selbst die Natur die Kanäle der Erde gelenkt und milchähnlichen Saft aus der Öffnung der Adern fließen lassen, wie er auch jetzt bei allen entbundenen Frauen süßliche Milch in die Brust sprießt, weil dorthin der ganze Säftestrom des mütterlichen Körpers oder vielmehr ein nährender Auszug davon gesandt wird. Klein, unfertig und unerwachsen heißt es, noch nicht berufen zur Weihe höherer Nahrung, zum Bau des Getreides, habe damals der Mensch an den Brüsten der Natur gehangen und kindische Nahrung genossen. Wie recht aber meine Gewährsmänner die Alten mit dieser Aufstellung haben, zeigt die Geschichte Gregors. An einigen wenigen Stellen der Erde, es werden im Ganzen nur zwei oder drei Sein, noch dazu an versteckten und unbewohnten Orten gelegen, sind solche Nährsaftquellen der Urzeit tief in den mütterlichen Organismus hinabreichend, gleichsam aus alter Gewohnheit in wenn auch herabgesetzter Tätigkeit geblieben und eine von ihnen, wo noch die aufsickernde Frühnahrung in 24 Stunden ein kleines Becken füllte, hatte der Büßer auf seinem Steine vorgefunden. Das war eine große Gnade und ich will es dahin stellen, ob hier ein gnädiger Zufall waltete und die Mutterquelle auch vorher die ganze Zeit gearbeitet hatte oder ob die Gnade so weit ging, dass Gott sie eigens für den Sünder Gregorius wieder angeregt hatte. Auf jeden Fall kam diesen durch solchen Fund bei all seiner unendlichen Verlassenheit zum ersten Mal die hoffende, ja beseligende Ahnung an, dass Gott seine Buße nicht nur annähme, sondern ihn auch nicht an ihr zugrunde gehen lassen wollte, vielmehr es mit ihm, wenn er seine Eltern und sich selbst durch härteste Reue entzünd haben würde, noch irgendwie gnadenvoll vorhabe. Diese in mild durchströmende Ahnung hatte er freilich nötig, so sehr wie den erwärmenden Mutter trank, und sie beide mussten zusammen wirken, um ihn bestehen zu lassen, was er auf sich genommen und was wie alle Schwere am Anfang, bevor die Natur sich nachgiebig zäh damit eingerichtet zu bestehen, am allerschwersten war. Denn nun stellt euch vor und bildet es euch nur recht ein, wie der Winter kam mit Dunkelheit, Schnee, Regen und Stürmen, wie der Mann auf dem nackten Stein im bloßen Haarhemd seinen unbilden erbarmungslos preisgegeben war, wenn dies Wort ganz am Platze ist, bei vorhandener Erdmilch und wärmender Ahnung von Gnade. Immerhin ist es nur zu weitgehend am Platze, besonders wenn man bedenkt, dass Schnee und Regen für die Nährlymphe sehr schlecht waren, da sie sie verwässerten. Und doch übte sie auch in verdünntem Zustand noch genügend sättigende Kraft. Leicht aufstoßend und etwas aussabbernd von ihr waren in sich selbst zusammengezogen, die Knie am Mund unter den Wettern und auch seine Haut war zusammengezogen, immerfort in der Verfassung graubeliger Abwehr, die man Gänsehaut nennt, wodurch sie sich sehr veränderte. Kam warm die Sonne hervor, so mochte er dampfend trocknen, nebst seinem Büßerhemd, das aber bald verfaulte und großenteils wie Zunder zerfiel. Was aber noch davon übrig blieb, deckte von seinem Körper mehr, als man denken sollte, denn von dem zusammengekrümmten Verteidigungszustande wurde der zusehends kleiner. Übrigens muss oder darf man hinzufügen, dass der Winter ihm seltsam schnell verging und ihm überaus kurz schien von Dauer, aus dem einfachen Grunde, weil er viel schlief und die Zeit übersprang und versäumte. An ihr nahm er erst wieder mehr teil, als das Licht wuchs, die Lüfte linder wehten und ein Frühling, der freilich an der Baum- und graslosen Nacktheit seines Felsensitzes nichts änderte, sondern nur den Stein mild zu erwärmen vermochte, hinüberleitete in langtägige Sommerzeit, wo die Sonne ihren höchsten Bogen am Himmel über dem See beschrieb und wenn nicht Wetterwolken sie verhüllten, gewaltig niederstrahlte auf Mann und Fels, diesen oft so erhitzend, dass jener es kaum hätte aushalten können, wäre seine abwehrende Haut nicht schon sehr körnig und hornig verändert gewesen. Auch war gegen die hitzende Strahlung sein Haupt eingehüllt in verfilzdick aufliegendes Haar und vermummenden Bart und so nahm er das Beschiedene hin, bis die Nacht mit kränklich schwindendem Monde oder geschnitten sichelförmigen oder leuchtend und voll in der Flut sich spiegelndem Kühlung brachte der Natur und dem verkleinerten Manneswesen, das mehr und mehr eins mit ihr wurde. Danach so kürzten sich wieder die Tage, Herbstnebel brauten und von da an, wo der Mann hier war ausgesetzt worden, hatte ein Jahr sich gerundet. Eines, sagt ihr, aber siebzehn sagst du, habe er da verlebt. Ja, das sage ich, doch so groß wie ihr denkt, ist der Unterschied nicht und ist eines erst umgelaufen, so laufen die anderen so hinter dreien, ohne dass es ihnen und dem Manneswesen, das obdachlos in ihnen lebt, gar viel ausmachte. Erstens muss man von ihrer Masse als erfahrene Zeit genommen ein gutes Vierteil abziehen, denn die Winter verbrachte das büßende Wesen in zeitlosem Murmelschlaf und koch währenddessen auch nicht zur Atzung, da sein stoffliches Leben bis zum Stillstand gemindert war, ehe es sich bei steigendem Sonnenbogen wieder zum Wechsel löste. Zweitens aber will Zeit wenn sie nichts weiter ist als das und keinen Gegenstand hat als den Wandel der Jahreszeiten und die Minen des Wetters keinen Gehalt an Ereignissen der sie überhaupt erst zur Zeit macht Zeit sage ich will dann wenig besagen sie wüst an Dimension ein und schrumpft zusammen wie der verkrümmte Erdsäugling auf dem Steine im See es tat der mit der Zeit so zweckhaft klein wurde wie nach den Autoren der unfertige und unreine Frühmensch es war der noch nicht menschenwürdige Speise genoss schließlich nach etwa 15 Jahren war er nicht viel größer als ein Egel ein filzig borstiges mit Moos bewachsenes Naturding dem kein Wetter mehr etwas anhatte und an dem die zurückgebildeten Gliedmaßen Ärmchen und Beinchen auch Äuglein und Mundöffnung schwer zu erkennen waren Zeit kannte es nicht der Mond wechselte die Sternbilder stellten sich um verschwanden vom Himmel und kehrten wieder die Nächte mondhell oder finster und riefend eisig durchstürmt oder voll schwüle verkürzten sich oder nahmen zu der Tag graute früh oder spät errötete flammte auf und verging wieder in scheidendem Karmesin das sich in der Gegend des Aufgangs widerspielte blau schwarze schweflichte Wetter in denen es lichtete zogen fürchterlich zögernd auf entluden sich krachend über den hallenden Wassern die sie mit Hagel besprengelten und ihre Blitze fuhren in die erregten Wellen die aufspritzend den unerschütterten Fuß des Steines berannten danach war alles gut Friede ebenso her und unbegreiflich wie die vorherige Wut erfüllte das all und in süßem oben durchsonntem Regen stand von einer Uferlosigkeit zu anderen in feuchter Schöne der siebenfarbige Bogen unter all dem aber machte das musige Wesen wenn es nicht schlief seinen kriechenden Weg zur Mutterbrust und kehrte gesättigt und etwas sabbernd an den Rand zurück wo der Büßer einst abgesetzt worden war hätte durch Zufall ein Schiff auf dem See sich dem entlegenen Felsen genährt nichts auffälliges wären die Bootsleute dort oben gewahr geworden hätte der Fischer der Einöde einmal die Laune verspürt wieder die Fahrt zu tun und sich nach dem lästigen umzusehen den er vor Jahren hier unter gebracht der Augenschein hätte ihm die Gewissheit bestätigt dass er längst umgekommen verwest und was von ihm geblieben vertrocknet verdunstet und vom Stein hinweg gewaschen sein musste von seinem Gebein allenfalls dort oben einen bleichen Schein zu erspähen hätte er wohl erwarten mögen und sich in dieser Erwartung getäuscht erfunden aber er kam gar nicht